Hi, also das ist wieder die ZK221, Prüfungsteil 1 ohne Taschenrechner. Ich lese mal die Aufgabenstellung vor. Gib eine lineare Gleichung an, die zur folgender Wertetabelle passt. Wir haben euch diese Wertetabelle hier gegeben und den Rest musst du machen. Das heißt, du musst erstmal wissen, eine lineare Funktion sieht so aus. y gleich m mal x plus n. n ist immer der y-Achsenabschnitt. Wichtig, merke dir, wenn du x Wert 0 hast, dann ist immer die Zahl, wo für x 0 steht, der y-Achsenabschnitt. Das heißt, 2 ist mein y-Achsenabschnitt. Also den Punkt, wenn man den aufschreibt, 0 und 2, dann ist dein n direkt schon die 2. Dann kannst du direkt für n die 2 einsetzen und dann habe ich den zweiten Punkt ausgewählt, entweder den oder den. Ich habe dann hier den zweiten genommen, p2, nehme ich dann bei 2 und 5. Was mache ich dann? Ich setze hier in die Formel, n kenne ich schon, ist die 2. Der x-Wert ist auch eine 2 und y ist 5. Das habe ich jetzt alles hier eingesetzt. 5 hiervon, von dem zweiten Punkt. m kenne ich nicht, mal m mal dann den x-Wert 2 plus und hier n kenne ich auch 2. Und dann kannst du das alles umstellen, habe ich gemacht. Erstmal habe ich das nochmal sauber aufgeschrieben, statt m mal 2 habe ich 2 m, dann die 2 auf die andere Seite gemacht, minus 2. Und dann steht hier 3 gleich 2 mal m, dann habe ich durch 2 geteilt. Wie gesagt, das ist im GTA-freien Teil. 3 durch 2 kannst du dir auch mal vorstellen, irgendwie im Allgemeinen, keine Ahnung, 3 Liter Wasser habe ich. Und ich muss das in 2 gleich große Behälter, dann kriegt jeder 1,5 Liter. Deswegen 1,5. Dann hast du ein m raus und dann kannst du nämlich zum Schluss musst du immer bei der Allgemeinen immer dein m und n kennen. Wenn du die 2 Buchstaben kennst, kannst du die bestimmt auch bestimmen. 1,5, das kommt hiervon, mal x plus 2. Jetzt zeige ich dir mal, wenn du, sagen wir mal, diesen Wert nicht hast, wo du sagst, Erjan, ich habe jetzt keinen x0 Wert, sondern 2 Punkte. Das geht auch ganz einfach. Ich mache das mal hier ganz schnell hier in rot. Da musst du erst mal die 2 Punkte aufschreiben. Also ich nenne das mal p1 ist der x-Wert 1 und der y-Wert 3,5. Und p2 ist der x-Wert 2 und y-Wert ist dann 5. So, dann brauchst du die Formel auf jeden Fall. m gleich y2 minus y1 durch x2 minus x1. So, so kannst du dein m bestimmen. Das heißt, wir haben hier zwei Punkte. Das ist x, x, das ist der y-Wert, das ist auch der y-Wert. Dann nenne ich das x1, y1 und das hier x2, y2. Nur zur Hilfestellung, dass ich das auch hier richtig anwende. So, dann machen wir einen Bruchstrich. y2 ist 5 minus y1, 3,5 durch. Und dann x2 ist 2 minus 1. Und wenn ich das abziehe, kommt hier 1,5 durch 1. Und alles Eintel ist dann m gleich 1,5. So, mit der Variante hast du halt dein m raus. Und dann kannst du wieder m und einen der beiden Punkte in die allgemeine einsetzen. Machen wir mal. Wie gesagt, das ist halt Beispiel 2, wenn du nur zwei Punkte hast. Dann würdest du aufschreiben, dann nehme ich zum Beispiel diesen Punkt. Für y habe ich eine 5, dann schreibe ich eine 5 gleich. Dann für m habe ich herausbekommen, 1,5 mal, mein x-Wert ist hier, 2. Bitte, wenn du diesen Punkt nimmst, musst du auch den x-Wert dazu nehmen. Du kannst nicht einfach irgendwie mixen, sondern von entweder nimmst du den komplett oder den. Ich habe mich jetzt für p2 entschieden. Und dann plus n. Sorry, sieht ganz klein aus, aber ist okay. Okay, dann kannst du 1,5 mal 2, dann steht hier 5, ich gehe mal auf die andere Seite, 5 gleich 2 mal 1,5 Liter waren wieder 3 plus n. Und dann machst du minus 3, dann steht hier 2 gleich n. Und dann kennst du hier dein n und hier kennst du dein m. Und jetzt kannst du das wieder in die allgemeine, dann kommt wieder dasselbe hier raus. 1,5 mal x plus. Ich hoffe, du hast das verstanden und das ist ein bisschen unübersichtlich. Ansonsten, sowas ist ganz wichtig, anhand von 2 Punkten eine lineare Geradengleichung zu bestimmen. Und dann musst du immer diese Formel anwenden und die 2 Punkte aufschreiben. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und abonniert mich, wenn ihr wollt. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. rig. Vielen Dank.